Meine Meldung, wir sollten es lassen, weil es unwahrscheinlich ist, dass jemand durch den Wald ruft. Zumindest im jetzigen Stadium. Okay, wir springen rot und blau an den Turm ran. Rechts. Okay. Was machen wir jetzt? Kauts bereitet Überfall auf Tor vor. Warte, wer ist da? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind eigene oben. Da war ein Feindsoldat. Kauts springt gerade ein Team an den Turm. Genau. Und dann... Lass uns mal hier in Deckung bleiben von den lustigen Betonplatten. Ja, genau. Mindestens ein bisschen. Und dann... Ups, der ging auf uns. Das ging auf uns, Nomi. Äh, ja... Wir sind hinterm Zaun. Ja, wir gehen erstmal im tiefen Gang. Da... Ah, nee. Ich smoke einmal und dann gehen wir rüber zum Zaun. Ja. Ja. So, wie schaut's denn aus? Siehst du einen Zaun? Ach, doch, doch. Das... Das ist... Das ist... Das ist ein Loch im Zaun, oder? Norden. Wir müssen noch ein Stück weiter. Das ist ein Loch. Wie ist der Ärzte, der hier ein Loch sieht? Wir kommen weiter, weiter, weiter. Na gut, dann rennen wir erstmal weiter. Ah, schön. Okay, Nomi, wir gehen an vorne ran. Das ist doch schick. Das ist ein Loch im Zaun. Oh! Fuck! Ah, kein Smoke mehr. Shit. Oh! Fuck! Grenze entlang. Einmal. Feindlicher Ural. Feindlicher Ural. Ja. Da ist er. Ja. Fussle. Fuck ey. Fussle kommt. Hier ist der Fussel Ich bin da, ich bin da Nomi, ich habe ein bisschen was abgekriegt Liegen wir jetzt gerade um Niemandsland irgendwo am Grenzdown Warte, ich mache nochmal Nebeln und mache nochmal auf Alles sehr gut, ich habe nämlich keinen mehr Zuführung sagte mir, wir sollen einnehmen, aber ich bin auch für zurück Rauch, Rauch, wir brauchen Rauch Richtung Ost Richtung Ost, Richtung Ost brauchen wir den Hört, haben wir die Möglichkeit für Mörder? Ja, sprech dich mit DAX ab So verstanden, DAX für Niemandsland Okay, dann ziehen wir uns zurück über die Grenze wieder rüber So im Krieggang Fussel, komm, du rüber, ich bin auf der Ostfälle, komm Fussel verletzt, alle anderen grünen, wie es aussieht Odin auch verletzt Ich wiederhole 118865 Keypad 3 Ich kann mich wieder bewegen Odin, kannst du dich bewegen? Okay, gut, dann ziehen wir uns zurück Das war ein Bockmist Grellen Schatten, Grellen Schatten Weiter, Fussel, komm Ja, ja Du solltest gleich als erster denken Fussel, komm Hier ist er Wer startet bei dir? Wir sind im Feuerkampf, ziehen uns zurück über den Panzerplattenweg an der Grenze zurückgezogen Macht egal, hier Ufo, komm Okay, sind alle da, 1, 2 Macht egal, hört Super Position, Status Position markant, Turm, komm Status Status, eine Sekunde Nachtigall meldet, zumindest für Nachtigall-Status grün-gelb So verstanden, Break Break, 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 Nachtigall, Slash in 10, Slash in 10, 4 Rounds HE Splash in 10, Splash in 10 Achtung, Splash in 10 He, Luft runter gleich Stags für Nachtigall, komm Fert, kommen Zweiter Feuerbefehl bereit Fert, kommen Koordinaten folgen 1, 1, 3 8, 6, 2 Keypad 9 Ich wiederhole 1, 1, 3 8, 6, 2 Keypad 3 Okay, weiter Wir haben einen Sunny, wir bräuchten einen Wir haben einen Sunny hier, ja Sind 20 Meter südöstlich vom Turm Genau, kommt rein den Turm, rein, möglichst hinter, hier ist Schlagefeuer drauf Okay Sunny, Sunny Okay, der Smoke ist gelandet, wir nehmen jetzt Leute auf und tragen zurück zum Beitrand Ja Haben wir noch tote, verwundete Ja, verwundete hier Oli und Fusselt, verwundet Keine Sorge, let's go, let's go, let's go Fert aus Okay, dritten, ab zum Beitrand Rauch aus Holy shit Holy shit Südöstlich ist der andere, südwestlich, gehen wir ein bisschen weiter An die Flüge, ja Check Check Rauchten, schau Danke Schieb, schieb, schieb Rauch, springt zum Beitrand Hier ist er, hier ist er, hier ist er Ich bin bei Träuen, glaube ich, ich verliere gerade ordentlich Blut hier Sani, Sani, Sani Der ist hier direkt, okay Oh, diese Sacken, Kimmel, wer hat das hier ausgedacht? Dax, Uhu, komm Nomi, geht nicht mehr Dax, Frage, bereit für Feuerauftrag? Wir brauchen Sani Negativ, wir machen gerade noch Hast du Hilfe, Sani? Ja, ich brauche einen Sani, ich brauche alles Mögliche Ja, ich brauche eine Aufnahme, eine Koordinat, wenn ich so Hoffen wir, so Löcher habe ich Gerade nicht, Slam bei 5 Rüssel, übernimm die Deckung, wir 5 Sekunden Okay Werte, ich hätte das Loch gekümmert ausgedacht, bin ich Scheiß, bleib, scheiß, knarre, ich hasse es Lachtigals, Lassman 5 Okay Okay Lachtigals, der dort nicht zu kurz, dort nicht zu weit im Süden Okay, du bist erstmal wieder zu, Fussel Oh, geil, danke Ah, 6,5, man sollte nicht weiter Äh, ne, geht so, geht so, danke Ja, 4 Auslagen 1 Trennung, U, für Dax, kommen Ja, bereit für Aufnahme Äh, Bunkerstellung, bitte einmal mit Mit HE, auf, Position, 1, 1, 1, 1, Break, 8, 6, 2, Numpet, 2 Wiederhole, 1, 1, 1, 8, 6, 2, Numpet, 2, 5 Rounds HE, kommen Hier sind alle, ja Hier sind alle, ja Hier sind alle, ja Gut Okay Gut Ähm, wir brauchen einen Haufen, wir sind Sanis, genau Genau, äh, unser Sanis ist ausgefallen Perfekt Äh, wo nehmen wir uns hier ein? Ähm, eigentlich nicht, eigentlich wollen wir uns noch weiter zurückziehen Das Ding ist, halt die Wochen erstmal zusammenficken, sonst sind wir hier gleich halt tot Frage, Position und Status Position am Waldrand, ähm, Status, Versorgung, Erstversorgung, Verbundete, leider Medik ausgefallen Kann ich jetzt helfen? Frage, weiter, die Waldvorrückte, jetzt Verbundete, wo der Erstmann kontrolliert kommt Ah, da ist er Ähm, ihr rückt vor, Richtung Südwest, den Wald, zu, ähm, wir brechen, ihr brecht durch den Zaun Moral, Richtung Nordost Explode, Uniform, 2, komm So verstanden, Nebenthal lässt er auf und gehen zu Explode, 2, komm Moral, niemals lang vor uns, 100 Meter Nachtigall, hier, Uhu, komm Wo ist der Moral, welche Blickrichtung? Nachtigall? Äh, Nordost, Nordost Nachtigall, mit, mit Kaut zusammen, zu, Uhu, äh, Explode, 2, Uniform Zu Explode, 2, Korrekt? So korrekt, durchbrechen, mit, ähm, ablenken, wir verlegen dann, über Position RT4, blau, zu Sammelzone Jürgen Nordost, Richtung, 4, 5 Durchbrechen, durch den Zaun Wir rücken jetzt Richtung Explode, U2, nehmen die Verletzten auf, wir rücken ab, Richtung Explode, U2, brechen durch den Zaun durch Und werden dann verlegen zu, Sammelpunkt Jürgen Leute, ihr seid, oh Gott, okay Da sind's, okay Uro für Dax, Splaff, Splaff, Splaff Okay, haben wir aufgegeben Macht ihr, Mörser Und wir haben aufgegeben, sie sind, was hat die jetzt wieder Genau, wir nehmen jetzt die Verletzten auf und rücken ab, Richtung, ähm, Explode, U2 Wo ist denn das? Richtung West, Richtung West Der Schlager sagt, das schaffen wir nie mehr im Leben, wird die Verletzten Oh, klar, komm Okay, ähm, Gott Ich glaube, wir sollten zu weit zu weit durch den Zaun, ich hatte keinen Zettel auf den Menschen genug gesagt Okay Verstanden, ich wiederhole noch Koordinaten 1, 1, 1, 8, 6, 2, Lumphead, 2 Oh, Alter, steht das, das funktioniert so nicht Ja, so positiv, 1, 1, 1, 8, 6, 2, zwischen Wow Schieß einfach Ich bin schon wieder los, Alter, ich bin schon wieder los Ich bin schon wieder los Ich bin schon wieder los Und ich war, sind Wer hatte gerade die explizit konflikt Ich, hier, Fortas liegt Fortas Vor dir auf den Boden, gleich zwei Magazine Ficken, ficken, fehlen die Sternen dabei Bitte Ich bin hier rechts von dem Baum, und hier stellt euch einfach nicht hinter mich, das wär total nett Roger Nice Ich werde meine Munition brauchen Ja, ja, ja Sekunde, ich lege den Rucksack einfach ab ein bisschen, oder? Ja, kannst du machen, wie du möchtest Okay, Rucksack auf den Boden Okay, wir springen jetzt rüber zu dem geöffneten Der Tau ist geöffnet, wir können jetzt rüberspringen Trend wird ein bisschen höher Vorsicht, du springst vor mit deinem Team Wir sichern erstmal Ähm Okay, dann Rot-Blau, wir springen rüber Okay Panik in the Disco Woah Holy shit Was ist das? 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 Ja, ich bin schon wieder verwundet, als kann ich wahr sein. Ja, es war interessant, ein Erlebnis. Nomi hat überlebt, vielleicht er wundet. Nomi ausgefallen. Oh, fuck that. Dax, hier, uh, Dax gehört kommen. Dax, Frage, eine Position. Gibt er noch? Achso, Lippen schon, immer noch Menideff-Rate. So, verstanden, dementsprechend dort einmal Position halten. Wir brauchen euer Medic-Stock, was ihr im Auge habt. Wir haben kein Medic-Stock mehr durch die Explosion am Anfang. Bitte einmal sicherstellen, dass das wirklich so ist. Okay, Zug für Kautsinfo sind über Explo2.rüber gegangen, Richtung Nordwest. Ähm, actual ausgefallen, sonst geht's gut. So, verstanden, von grünem Rauch, Nordwest im Wald, 100, dort eigene. Roger, haben wir doch eigene Sannis? Äh, ich glaube, ja. Äh, nachtig alles, Sannis, aber wir haben wenig bis kein Sanni-Equipment. Okay, ähm, alle hier, alle Keuze, Nordwest, 100 Meter im Wald rein sind eigene. Irgendwie wird die Schiene raus. Eine Sanni-Kisse ausgeladen, an der am Ende des Strafende kommen. So, verstanden. Gut. Normaler Puls, der ist wieder da. Okay, gut. Ist schon, ist schon erledigt, ist schon erledigt, der hat Puls. Ansonsten, dann nehmen wir ihn mit, 100 Meter Nordwesten, da sind eigene. Vielleicht können wir uns nicht helfen. Ich trage ihn. Genau, ich trage ihn und wir gehen nach Nordwesten zu eigenen 100 Meter. Ja, los geht's. Uhu, bereit für Koordinate? Ja. Sanni-Kisse auf. 0, 9, 5, 8, 6, 4, Numpad 1. Richtung. Infanterie an Hauptstraße gemeldet in unsere Richtung. Das heißt, Richtung Westen ist die Hauptstraße, Richtung West-Nordwest. Da müsste auch dein Feind sein. Ah, fuck. Wir nehmen Feuer auf, alle Mann, wenn Feind er kann, Feuer auf. Eigentlich müsste er vorgehen, ob sich den Hügel vor uns wäre. Ja. Oh, nice. Du liegst nicht, du liegst nicht auf den Hügel. Nee. Links hört alles ruhig aus, nur rechts. Krauts, hier, Uhu, Frage, Position. ... Wenn wir in die grobe Richtung Westfeuern... ... 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 Achtung, wir fahren langsam nach vorne und feuerverkannten Feind. Langsam, langsam, langsam. Schütze, sag mir, wann... ...gebe Oberluke. Schütze? Nein! Schütze im vorderen Zerthorner ist nicht ansatzfähig. Na, school? Jo, äh, Krauts, ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Wir sind von der Flair aus, die gerade auf dem Boden liegt. Südöstlich, circa 50. Ja, wir sind von der Flair südöstlich von... genau. Ah, das kann ich nicht einschleiten. Wir haben Rauch voraus. Frage, können wir Richtung Süden ausweichen? Bisher sieht's so aus. Okay, dann, alle Mann auf die Fahrzeuge, verletzte Verladen, hier weichen Richtung Süden aus. Dazu bleiben die zwei Lkw jetzt mal stehen, gehen vor Unterstützung, die Autos fahren wieder vor. Ich brauche einen Ganner hier, ich brauche einen Ganner hier drin. Hier, Nasku, der ist bewusstlos. Ja, genau, ich brauche einen frischen Ganner. Irgendjemand, der sich bemüßigt fühlt, ist am Gebüste zu sitzen, brauche ich mal vorne. Na, okay, eigentlich habe ich mal einen Sieb hier drin. Irgendjemand, nee, scheißegal. Ja, bewusstlos. Okay, ich sehe nicht mehr, er wird das auch so weit gut, müssen wir mal checken. Nee, ist gut, glaube ich. Der lebt noch, der lebt noch, ich halte ihn schon die ganze Zeit am Leben. Ey, Nomi, wie sieht es bei dir aus mit Funk? Ich habe das Gefühl, du bist gerade nicht mehr auf dem Funkkreis, ist das richtig? Nein, Nomi ist schon wieder weg. Verdammt. Ich habe immer noch keinen Ganner hier vorne drin. Ist mir echt hinten drin jemand? Passengers? Sibay, Nazgul, Erik. Nazgul ist down, Sibay macht Sani. Erik, was ist bei dir? Hans da? Wenn es nicht kribbel, vielleicht weg, weil die wissen, dass wir hier sind. Ja, sollen wir auch. Ich hätte ganz gerne einen Schützen vorne drin. Chaos, ein LKW fährt von euch vor, dann fahren die zwei 0,5 Schöner und dann fährt noch mal der andere zum Schluss. Verstanden. Ich habe noch keinen Ganner bei mir drin vorne. Mach keine Wissenschaftstraube mit und schützt bewegen. Los, los, los. Wir haben Richtung Südwest, auf der Straße, Licht. Ja, wenn es geht um Fahren, gib auf. Es kam auch nochmal Licht auf uns zu. Wir wollen durchbrechen, es wird nichts besser. Das ist Feinkontakt, direkt vor uns. In welche Richtung bist du überhaupt am Ende? Ich habe keine Ahnung, wie war ich nicht. Okay, na gut, das haben wir jetzt nicht alles vergessen. Erstmal, geht es nicht aus drinnen. Ah, fuck it. Helikopter genau über uns, scheiße. Na ja, also ich fahre erstmal auf den Waldweg rauf hier und dann einen großen Bogen oder irgendwas. Haben wir doch einen Sladi, der ist schon überliegen. Dabei eigentlich, oder? Ja, gibt nur einen Moment, kann mal schnell mit uns selber. Also, Kauts Tonner hat Helikopter genau über sich. Sind da, sind da... Ja, Prussel, bleib mal stehen. Wir sind leider mit Fahrt nicht ausgefallen. Okay, bleib mal stehen, haben Helikopter genau über uns. Nein, ich bin nicht gefahren. Du bist gerade in die Form. Nomi, bleibt ihr auch stehen oder fahrt ihr weiter? Dann fahren wir weiter. Nomi hat es gerade überholt. Wir fahren hinterher. Ja, wir haben noch Sprit für 200 Meter. Wir sind ziemlich hinter euch. Ja, ich nähe den gerade zu. Okay, ich stehe mal wieder. Ich gehe auf den Kommandositz. So, Kauts, wo seid ihr? Ähm, hatten eben noch... Da, wo der Helikopter war eben. Ja, bleib mal stehen. Wir brauchen eine Mitfahrgelegenheit. Nomi, bleib da stehen. Okay, wir stehen jetzt. Bleiben auch stehen. Ne, Helikopter kann man echt nicht sehen von hier aus, wahr? Shit. Beim besten Willen. Ah, doch. Weiter. Da ist er. Warte, warte, warte. Wir sind direkt unter dem Helikopter jetzt gerade. Könnt ihr uns entgegenfahren? Wir sind jetzt zu Fuß unterwegs. Drei Mann. Versuche Richtung Südwesten zu fahren, jawohl. Ja, der war ja zumindest. Der hat noch starken Puls. Ja, das ist ja für den ersten Moment erstmal okay. Ja, ja, alles gut. Ja. Schutze, von euch aus. West, dort sind wir. West, okay, wir fahren Richtung West. Oh Gott, was sind denn für Krater hier? Richtung West. Eine mit Hügel. Ja, seid, will uns Richtung West haben. Leute, seid Richtung West unterwegs? 11 Uhr, 11 Uhr. Ja, doch, Nasrkul. Nasrkul haben wir. Okay, visual. Jo. Wir sehen mal, wie es bei Ihnen aussieht. Der hat noch keine Wunder. Wir brauchen noch mehr Magic für Attention hier. Okay, Leute, rein mit euch. Was ist da, ich tue denn eigentlich? Oh, ist zu groß, ist ausgeladen. Nasrkul ist weg. Ja, Nasrkul ist weg. Okay, das ist ja top. Oh, Fussel, du lösst. Oh, dann macht mal was. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich kenne... Nomi, Fussel. Nomi, Fussel. Nomi ist down anscheinend. Nice. Schön zu hören. Okay, Zaid, bist du jetzt hier im Auto, oder was? Ja, nicht irgendwo im Wald. Zaid ist gerade abgestiegen. Ah, da ist er. Okay, ich beraten, wo das Scheißding ist. Was? Das ist ja hewig. Ja, ist ja... Einen Piloten habe ich schon rausgeschossen, wahrscheinlich. So, wem der am Fahrer... Gut. Ich mache mal kurz den Motor aus und gehe stärk aus. Oh Gott. Können wir dich alle einladen und dann... Das wäre zu einfach. Okay, wir setzen hier drüben aus. So, dann müssen wir jetzt weiter. Ich schätze für euch aus. Nomi ist super. Ich nehme noch die Sachen mit von ihm. Er ist tot. Was ich noch tragen kann. Ist er tot, ja? Ja, der ist tot. Nomi ist tot. Er sagt es doch. Ähm... Okay. Okay, der Nächste ist gestorben. Ja, vergiss es. Wir müssen weiter. Könnt ihr sagen, wo wir gerade sind eigentlich? Gott. Na gut. Wir haben hier Erik... Na, ist cool. Selte, lebt der Selte noch hier? Selte ist im anderen Fahrzeug, glaube ich. Holy shit. Können wir die Selten aufladen? Wir müssen hier weg, Dennis. Das gibt es noch nicht. Wieso halten wir an irgendeine Hand? Ja, keine Ahnung. Wir haben gerade keine ordentlichen Kommen aus der Tour hier. Ich fahre jetzt ein bisschen an. Die anderen fahren jetzt weg. Also ihr müsst jetzt auch hier weg. Okay, gut. Ich stehe als Fahrer. Okay, welche Richtung müssen wir? Der Kling bleibt dann drüben im Fahrzeug. Ich stehe noch ein bisschen. Warte, wie ist jetzt? Der Kling bleibt dann drüben im Fahrzeug, dann ist dein Funkgerät. Nee, 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 nee. Ich kann es fahren. Ich gucke mal raus. Er ist in Takt zu. Kommand, steig jetzt auf. Wir müssen los. Wir müssen los. Wir fahren, fahren, fahren. Okay, okay, okay. Richtung, Richtung, Richtung. Da sitzt noch der Zähne. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Himmeer, schnallst du mir Leute. Ah, nee, 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 nee. Wir hauen ab. Nope, 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 nope. Kommand rennen gerade hinter dem letzten LKW her. Ja, weil das scheiße ich dich aufsetzen kann. Ja, das... Okay, ich warte noch kurz. Okay, warte. Das geht noch nicht, das geht noch nicht, das geht noch nicht. Alles geht, alles geht, alles geht. Es ging mir da. Ich würde gerne... Ich gehe zur Rauchwand, 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 Rauchwand. Okay, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Schnell, schnell, schnell. Ich kann mich selber neben sich gerade. Alle drin? Fahr, 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 fahr. Ich sitze. Okay, Richtung. Sie wird fahren, Hanno. Holy shit. Heilige Scheiße. Lebt noch jemand hier drin? Was ist da vorne los? Okay, jetzt sind es auch nicht wir. Ich fahr wieder weit rein. Ich hab nichts. Shit. Seid ihr flastig, tut mir leid. Tut mir echt leid, aber... Ja, fuck. Ich hab noch mal. Ich bin gespannt. Gemeinsam. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020